So, dann haben wir zum Thema Neues in Microsoft Teams, Ankündigen Rollouts und Updates für alles, was verschoben wurde, für unser Microsoft Teams User Group Meetup 15. Eine kleine Änderung in der Darstellung für dieses Meetup. Ich habe ja diesmal gespart, alles das, was ab Ende Oktober in irgendeiner Form in die Verfügbarkeit geht, hier mit der Monatsaufzulistung noch mit aufzunehmen. Das heißt, bei jedem Eintrag, wo kein Monat hinter steht, gibt es irgendeine Änderung oder Neuigkeit ab diesem Monat Oktober 2021. Alle anderen Einträge, die einen Monat Verweis haben, ja, das sind dann Änderungen, die halt erst kommen werden. Fangen wir mal an mit den Neuigkeiten, die sich hauptsächlich für Endbenutzer im Microsoft Teams Client auswirken. Da beginnen wir mit dem sogenannten View Switcher. Das heißt, es gibt eine andere Möglichkeit, jetzt um die Anzeige in Meetings umzuschalten. Wir müssen hier nicht mehr in ein zweites separates Menü. Es gibt ein sogenanntes Switching-Modul oben links in der Darstellung, wo zwischen der Galerie, der Large Gallery oder dem Together Mode halt entsprechend gewechselt werden kann. Der Teams Music Mode, der High Fidelity Music Mode wurde noch einmal leicht verschoben. Das heißt, sobald er in euren Clients verfügbar ist, findet ihr in der Geräteübersicht in den Einstellungen auch den entsprechenden Hinweis, um den High Fidelity Music Mode zu aktivieren oder auch die Echo Unterdrückung einzuschalten. Und wenn der aktiv ist, also in Meetings selbst, habt die Möglichkeit entweder einzuschalten oder wenn er aktiviert ist, das heißt entsprechend blau unterlegt ist, könnt ihr ihn auch ausschalten. Die nächste Änderung, die sich ergibt, ist gerade in der großen Ansicht, nämlich eine Paging-Funktionalität. Das heißt, wenn sie an Teilnehmerschaften sich über mehrere Seiten erstreckt. Das kommt ab November. Das heißt, unterhalb der Galerie-Ansicht erscheint dann so ein Paging-Control, mit dem man hin- und herschalten kann. Für die 3x3-Ansicht ist das bereits. Das heißt, für die Large Gallery kommt das dann ab November. In Listen in Microsoft Teams ist es nun noch möglich, auch Kommentare und auch Mentionserwähnungen hinzuzufügen und so halt die Interaktion auch bei Microsoft Listen etwas angenehmer zu gestalten. Hier über den weiteren Informationen-Link kommt ihr direkt zu den notwendigen Detail-Infos. Ab November wird im Viva Insights es möglich sein, halt die Historien nachzuvollziehen. Das heißt, wann man selbst ein Lob erhalten hat oder auch ein Lob ausgesprochen hat, andere Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine spannende Funktion, allein nur um zu sehen, was in der Vergangenheit so passiert ist. Das ist der. Dann haben wir die Auto-Expiration-Policy für die Aufnahmen, die von Teams-Meetingen stattfinden. Die Umsetzung hierzu wurde nochmal auf den November verschoben und ich empfehle euch hier dringend die entsprechenden Einstellungen und Regelungen anzuschauen, wie denn zum Beispiel die Auto-Expiration konfiguriert und auch verkürzt werden kann. Ein anderes großes spannendes Thema ist die Suchergebnisseite ab November. Die wird wesentlich aufgeräumter sein und gleichzeitig aber auch mehr Informationen bieten und mir gefällt die neue Struktur sehr gut und ich hoffe euch wird sie auch gefallen und damit also auch das Suchen über die Teams hinweg in Nachrichten und auch Dateien wesentlich angenehmer machen und Inhalte schneller zu finden. Eine weitere spannende Funktion ist die Möglichkeit neben der Kamera, die einen selbst zeigt, noch weitere Kameras anzuschließen, um diese dann im Projektionsmodus Whiteboard oder Dokument, wie der Name schon sagt, auf ein wirkliches Whiteboard zeigen zu lassen oder ein Dokument abzufilmen, das man dann innerhalb eines Meetings zeigt und wenn man mit dem Whiteboard arbeitet, wird es ja so sein, dass die Software selbst einen ein bisschen transparenter ausgestaltet. Das heißt, man kann halt die Inhalte des Whiteboards weiterhin sehen, auch wenn man mit der Hand über dem Whiteboard sich bewegt. Die Möglichkeiten diese Projektionsmodus zu nutzen erfordern allerdings, dass AllowIP Video natürlich in den entsprechenden Besprechungsrichtlinien aktiviert ist für die Benutzer, die das nutzen sollen und wenn denn AllowIP Video eingeschaltet ist, ist dieses Feature übrigens auch direkt aktiviert. Weitere Infos zu Besprechungsrichtlinien und den Einstellungen für Audio und Video findet ihr direkt in diesem Link zur Online-Dokumentation. Es gibt einen erweiterten Hardware-Support für Hardware-Geräte Azure und die Blackmagic-Devices. Was sich denn verbirgt, gibt euch den Link zu den weiteren Informationen. Spannender finde ich persönlich halt, dass auch in der Browser-Ansicht, das heißt, wenn man mit Browser an Microsoft Teams Meeting teilnimmt, es demnächst möglich ist, mit Hintergrund-Effekten zu arbeiten, zum Background-Blur oder auch den Hintergrund auszutauschen, was bisher ist ja primär den mobile Client oder auch den Desktop-Clients vorbehalten war. Bei den Teams-Room-Devices, ergibt sich eine Änderung in der Bedienoberfläche, nämlich bei der Auswahl der Teilnehmer in so einem Device, habe ich dann ein Pop-up, wo ich dann Hand senken kann und andere Aktivitäten für den ausgewählten Benutzer. In der Darstellungsvariante habe ich dann halt in meinem Meeting die Möglichkeit, in diesem Beispiel halt ein Meeting über zwei Bildschirme zu erstrecken oder halt es auch so auszugestalten, dass ich halt einen Spotlight auf einem Monitor habe, wenn ich die anderen Meeting-Teilnehmer weiterhin auf dem zweiten Bildschirm habe. Dann kommt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Teams-Anrufe ab November. Das gestaltet sich für Benutzer so, dass sie halt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren können in den Privacy-Einstellungen des Teams-Clients. Hier ist er noch kurz schon mal vorab erwähnt, das kommt nachher bei den Admins noch einmal, nämlich, dass dies natürlich erfordert, dass beide Teilnehmer eines Telefonats entsprechend Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterstützen können und es beiden auch in ihren Richtlinien erlaubt ist, dies zu nutzen. Teams Live-Events hatten bisher immer das Manko, wenn sie aber beendet waren, waren sie auch beendet. Hier besteht nun die Möglichkeit, Live-Events auch wieder neu zu starten. Nichtsdestotrotz, selbst nach einem Neustart eines Live-Events müssen die Teilnehmer sich wieder neu mit dem neu gestarteten Live-Event verbinden, um halt dann dort auch wieder teilnehmen zu können. Es gibt keinen automatischen Reconnect oder Rejoin zu einem neu gestarteten Live-Event. Im Safari-Browser kommt nun auch eine Telefonie-Unterstützung, zwei für 1-zu-1-Calls und die Desktop-App wiederum unterstützt dann eine Möglichkeit, um anonym an Meetings teilzunehmen. Da haben wir ja bisher in der Vergangenheit immer diesen Umweg benutzt, um dann halt ein solches Meeting anonym per Browser teilzunehmen. Hier kommt also eine dedizierte Möglichkeit direkt aus dem Teams-Desktop-Client heraus. Eine weitere gute Funktion und Ergänzung ist halt die Möglichkeit, in Chats zu antworten. Das heißt, hier wird es wesentlich deutlicher, wenn ich auf einen bestimmten Chat-Eintrag antworte, dann wird halt dieser Eintrag in Teilen zitiert in meiner Antwort. Und das vereinfacht natürlich auch im Kontext, die Antwort lesen zu können, die bisher eher linear unter vielen dann irgendwo in dem Chat-Thread verortet war. Und es war nicht immer so ganz klar, wer antwortet jetzt hier eigentlich gerade auf was. Breakout-Rooms. Hier gibt es die Möglichkeit, die Räume bereits vor einem Meeting zu konfigurieren, zu benamen, die Teilnehmer zuzuweisen, um halt auch Erstellungen halt in Masse durchführen zu können. Das heißt, wenn ich wirklich viele Breakout-Rooms benötige, ich kann sie halt umbenennen. Das macht dann also, das ist nicht deutlicher zu sehen, anstatt Raum 1, 2 oder 3, wenn man den Räumen dedizierten Namen gibt. Und während eines Meetings kann ich halt auch eingelahrene Teilnehmer direkt zuweisen und verwalten. Eine andere spannende Funktion im Kontext der Breakout-Räume ist halt auch der sogenannte Presenter-Support. Und ich kann halt die Personen, die in den einzelnen Räumen aktiv sind, auch einen zum Presenter machen und diesen die Möglichkeit geben, diese Räume auch zu verwalten. Dies erscheint dann als zusätzliche Option einfach in den Meeting-Optionen. Und die Personen, die Presenter sind, haben die Möglichkeit, dann auch hier Einstellungen vorzunehmen. Ja, das war's für die Anwender. Nun kommen wir zu den Neuigkeiten für die Administratoren. Und hier gibt es eine Ankündigung für eine öffentliche Preview, also ein Public Preview zum Thema Richtlinien-Scoping. Das heißt, es möglich sein wird, Aufbewahrungs- und auch Sensitivity-Label-Richtlinien entsprechend besser zu scopen. Um hier granularer vorgehen zu können. Ich bin mal gespannt, wie gut die Public Preview angenommen wird. Wer von euch diese Funktion benötigt, den möchte ich einladen, halt hier in der Online-Dokumentation über weitere Informationen sich halt schlau zu machen und dann mal umzunehmen. Custom Branding verfolgt uns in diesem Jahr schon ein bisschen länger. Das Custom Branding für die Meeting-Join-Erfahrung ist verschoben auf den November. Wenn sie denn dann kommt, dann habt ihr halt die Möglichkeit, auch Richtlinien für die Anpassung vorzunehmen, um dann ein entsprechendes Meeting-Lobby-Logo zu hinterlegen, die Vorschau euch anzuschauen, um damit auch den Anwendern eine bessere Möglichkeit zu geben, halt die im Rahmen der Corporate-Entenditionen, die sich heimisch zu fühlen, wenn sie an Meetings teilzunehmen. Wichtig ist hier auch schon wie im Laufe des Jahres mehrfach erwähnt, dazu muss der Organisator eines Meetings über eine Advanced Communications License verfügen. Microsoft Teams wird bald einen anderen Gasttyp, nämlich Internal Guest User unterstützen. Das sind sogenannte State 3 und State 4 Kontentypen. Als ich mir die Doku dazu durchkläste, habe ich gesagt, das ist eine super Idee, jeder weiß sofort, was State 3 und State 4 Kontentypen sind. Die Links, die ihr hier seht, die verbringen euch in die detaillierte Dokumentation. Nichtsdestotrotz habe ich hier nochmal kurz eine Übersicht aufgezeichnet. Das ist der Online-Dokumentation ein bisschen nachempfunden, weil dort, ja, Lesbarkeit ist hier so ein Thema in dieser Online-Dokumentation. Und worum geht es hierbei? Was sind diese State 3 und State 4 Kontentypen? Hierbei handelt es sich jetzt nun um wirkliche Konten, die in eurem jeweiligen Mandanten auch vorhanden sind. Also im Gegensatz dazu, die Gastkonten, die wir bisher kennen, sind ja immer in irgendeinem externen Verzeichnisdienst existent und somit entweder in einem externen Azure Active Directory oder zum Beispiel auch externe Microsoft Accounts. Bei State 3 und 4, da spricht man davon, dass es in dem Fall sich um einen Kontentyp handelt, der aus dem lokalen Active Directory synchronisiert wird. Das heißt also wirklich ein Benutzerkonto für eine Person, die in dem Fall zwar über ein Konto verfügt, aber nicht klassisch zum Unternehmen gehört, das heißt organisatorisch gesehen eine externe Person ist. Dieses Konstrukt gibt es halt nicht nur für synchronisierte Konten, State 3, sondern auch für State 4, nämlich dann für Organisationen, die nur über Cloud-Only-Accounts verfügen. Bisher war es ja so, dass diese Konten grundsätzlich Member-Accounts waren und damit ist es dann auch möglich, solchen Accounts einen Gaststatus zu geben und damit greifen dann automatisch alle Konfigurationen und Einstellungen, die für Gäste gelten. Azure Cloud Shell kommt, nachdem es das im Microsoft 365 Admin Center gibt, nun auch ins Teams Admin Center. Hier dürft ihr natürlich nicht vergessen, dass die Nutzung von Azure Cloud Shell es halt erfordert, dass sie auch über ein Azure Abonnement verfügt, in dem dann entsprechendes Speicherkonto konfiguriert ist, in dem dann die Cloud Shell betrieben wird. Bei Teams Live Events ist ein neuer Anbieter hinzugekommen für das Content Delivery Network Auswahl. Hier findet ihr in eurem Mandanten jetzt auch Pier 5 als CDN Anbieter für das Streaming von Live Events. Hier kommt nochmal die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Teams Calling, nämlich mit der Zusatzinformation, dass dies nur für einfache Anruffunktionen unterstützt ist im Anfang. Und bei den nicht unterstützten Funktionen sind halt so Eskalationen hinsichtlich der Calls, so Anrufweitergaben, die Aufnahme oder Untertitel-Funktionalität. Das bleibt leider außen vor. Einmal kurz zu schnell und dann gehe ich nochmal zurück. Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung müssen halt beide Teilnehmer aktiv Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen können und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt es nur für Desktop-Clients und auch für Teams Mobile. Ein weiterer Punkt ist der sogenannte Operator Connect für Microsoft Teams. Der geht nun in die allgemeine Verfügbarkeit und hier ist nun eine dritte Option gegeben, neben Direct Routing oder der Cloud PBX mit Anrufplänen halt eine direkte Konnektivität zwischen dem Microsoft Teams aus euren Mandanten heraus zu einem Telekommunikationsanbieter einrichten zu können. Der Blogartikel, der hier verlinkt ist, gibt hier auch noch weitere Informationen. Wichtig ist, dass in der Auswahl der Telekommunikationsanbieter, das ist nur der obere Teil des Screenshots, bei jedem vermerkt ist, in welchem Markt oder in welcher Region denn der Anbieter nun wirklich tätig ist. Und hier könnt ihr dann mal durchbräuse und schauen, ob dies eine technische valide Option für euch oder für das Unternehmen darstellt und ob der entsprechende Anbieter halt auch in der Region, die benötigt wird, die Dienstleistung anbietet und damit auch in dieser Region entsprechende Rufnummern anbieten kann. Es geht ja hierbei ja nicht nur um die reine technische Anbindung, sondern insbesondere immer um die Option, auch in solchen Bereichen, in diesen Regionen dann auch Rufnummern nutzen zu können. Dann haben wir noch ein großes Thema, nämlich die Aufnahme und auch die Transkription von Telefonie in Voice-Over-IP oder PSTN-Calls in der sogenannten Calls-Applikation V2. Die Calls-Applikation selbst, damit ist immer gemeint, die App, die euch diese Funktion anbietet, halt des Rufnummern-Blockes zur Eingabe an der Telefonnummer, die Historie, das heißt, die Anrufhistorie anzuzeigen, aber halt auch bei dem Auswahl eines Eintrages halt die Details. Dazu gehört halt zum Beispiel die Aufnahme und auch das Transkript und diese App, dieses, was ihr hier seht, was man sieht, ist halt auch nichts anderes als eine Teams-App und in dem Fall halt die Version 2 der Call-App. Dies ist jetzt der Screenshot mit dem Transkript, das heißt, es wird wirklich eine Transkription durchgeführt und man kann es sich im Nachhinein nochmal durchlesen, wenn es denn aktiviert ist. Hier nochmal zum Abschluss die Links zu den Neuigkeiten für Teams im August und September. Der Oktober kommt ja erst in Kürze, also der Blogartikel dazu und der Link zum Microsoft Teams selbst. Das, was ich euch heute gezeigt habe in unserem Meetup, ist ja nicht nur etwas, was ich mir ausdenke, sondern das sind Infos, die ich mir selbst aus dem Nachrichtencenter vom Microsoft 365 Admin Center hole. Und wer von euch hier noch nicht so unterwegs ist, den möchte ich auf jeden Fall einladen, sich damit vertraut zu machen, denn das Nachrichtencenter vom Microsoft 365 Admin Center ist die zentrale Stelle, in der Microsoft als Cloud-Anbieter euch für den Mandanten halt mitteilt, welche Funktionen es denn gibt und auch für welchen Dienst und insbesondere natürlich auch, ob bestimmte Dinge zu einem bestimmten Stichtag aktiviert oder umgesetzt werden müssen. Und wenn ihr solche Informationen habt, dann geht auf jeden Fall mal in die Details der Ansicht, weil ihr müsst etwas entscheiden oder konfigurieren oder doch wieder ausschalten, wie auch immer. Das Nachrichtencenter ist natürlich nicht nur spannend, wenn man aktiv dort hineingeht, sondern es besteht auch die Möglichkeit, über den Bereich der Einstellungen sich das Admin Center für das eigene Konto, mit dem angemeldet ist, zu dressieren. Das heißt, man möchte ja vielleicht nicht unbedingt für alle Dienste Neuigkeiten haben. Die Pläner-Synchronisierung, da haben wir auch schon in der Vergangenheit mal drüber gesprochen, die möchte ich nochmal bewerben, weil hier habt ihr die Möglichkeit, bei bestimmten Änderungen auch direkt Tasks in einem Pläner eure IT-Abteilung erstellen zu lassen. Und so wird man dann auch von Änderungen im Dienst nicht überrascht. Das noch mal kurz zum Nachrichtencenter und an uns jetzt viel Spaß mit Talk 2 von Massim zum Thema The Ultimate Guide to Teams Meetings.